Müssen wir das halt da herklauen. Doch die Frage ist, wo? X, Y, Z mag. Der ist natürlich auch ganz toll. Für alles. Von X bis Z. Hast du so einen Fluggegner? Ich sehe dich so selten einfach in der Gegend rumstehen. So. Hau auf die hier ran. Da war schon wieder der Ton eben kurz weg. Was ist da los? Jetzt seid ihr im Patch woher alles. Bleib doch mal stehen hier. Genauso. Vielen Dank für die Hassverbindungen. Also bisher auch noch kein Barista Santa. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Wir gucken weiter. Da ist ein Barista Santa. Hallo. Schön wie die Gegner auch alle irgendwie anders heißen, aber dann dennoch ganz oft ähnlich aussehen. Typisches Farmverhalten von J-Arpeggies. Kein Teleport mehr. Die Teleportverbindung mit, mit, äh, Luca ist auch immer relativ großartigstes Gefühl. Das ist auch immer relativ großartigstes Gefühl. Ich glaube, die haben die YouTube länger. Können mich aber auch irren. Das ist ein Gegner, den wir brauchen. Mädel, du warst gerade am Werfen. Alter. So, jetzt aber. Ist das der Ding schon nicht brauchen? Nein. Das hat der Atem auf der. Das kann ich hier nicht brauchen. Gehe ich nicht. Das ist ziemlich egal. Ich mach hier die deutsche Übersetzung. This is pretty good. Auf Deutsch. Das ist ziemlich egal. Nein, natürlich nicht. Ja, ja. Alles klar, Gamma. Ich bin hier gleich durch. Ich hab immer noch nicht das, was ich suche. Dann geht's in das nächste Gebiet. Und nach unten geht's hier nochmal irgendwo anders hin. Die andere Hälfte von da. Sind hier zwei Baristas anders bisher. Oder drei. Lass es drei gewesen sein. Okay. Okay. Das ist einfach ein Verb. Ist das einfach. Wer was alles behauptet hat, keine Ahnung. Nee, Geheranritt ist jetzt nicht. Was immer du bist, geh sterben. Bär ist schon dabei. Geh brutzelt. Okay. Pass auf weg. Noch was. Hier nicht. Dann können wir einmal kurz die Verbindung lösen. Das ist ja toll. Schön, dass mir hier jeder nochmal sagt, so. Ja, benutze S-A-S. Benutze es. Benutze es doch jetzt einfach. Ein Farmspot. So, nächste Bitter. Und der letzte Bitter. Die hat nicht gedrückt, was ich suche. Die Schweine. Ja, kannst ja nichts machen, ne? Musst halt da nochmal fahren, theoretisch. Dann düsen wir erstmal ins Versteck, würde ich sagen. Irgendwas hatten wir noch. Arawaki A war das oder so? Ich weiß es nicht. Gehen wir jetzt erstmal ins Wohnzimmer. Hey, nochmal gucken, was das eine oder andere war. Los, machen wir erstmal die Vertrauenspersonen. Hier, laden. Laden, 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 laden. Tauschbörse. Plugin. Ne. Schigenke. Kann doch nicht so schwer sein, hier irgendwie so einen Dreck zu kriegen. Umwelt A. Arabaki, Umwelt A. Hier brauchen wir eine Slippery, Schinerie, Analyse. Gut, da könnte ich halt durch Dinge nochmal durchgehen. Vielleicht mache ich das halt auch einfach, indem ich das außerhalb der Aufnahme mal sammle. Aussatzweise mal, ich weiß nicht. Ich meine, ich ziehe das Let's Play einfach nur in die Länge. Manche einer denkt sich schon so, ach, macht doch einfach Ende. Ja, aber ja. Ähm. Weil es gibt kein Erschirm für Verschenke alle Geschenke. Sondern eher eins für, bringen alle auf Stufe 6 oder so was. Ähm. Ja, gehen wir nochmal ganz kurz nach Arabaki. Zumindest die paar Farmstellen hier. Viele ist es ja eh nicht. Vielleicht kriegen wir ja zweimal Arabaki A. Zuck. B. Aber mal zwei. Das ist ja toll. S. Weißt du, wir überspringen einfach mal wieder das A. So wie immer. Weißt du? A. Äh, S kannst du auch jederzeit kaufen. Aber was du immer brauchst, ist das A. Es brauchst du irgendwie so gefühlt wenig. Oh, zweimal A. Okay, das reicht schon. Na, okay. Machen wir den Gegner nochmal platt. Kann ich weg teleportieren. Fangen wir mal mit der Drohne hier. Niuuuu. Guck guck. Und kurz noch ein Lander-Thing. So. Puff. Ab nach Hause. Auf ins Versteck. Ins World-Wald-Wohnzimmer. So. Dann können wir den direkt kaufen. Dann fehlt uns tatsächlich nur noch diese anderen zwei Farmen-Gegenstände. Eins bei Babe, eins bei... Naja. Wisst ihr ja. Hier, nee. Da, nee. Das haben wir auch noch nicht. Das geht ja nicht. Wieso wurde das eben nicht angezeigt? Oder habe ich das einfach übersehen? Ganz gekonnt, wie ich halt manchmal so bin. Karte von Yohimuka. Haben wir zwei Stück Bräunig nochmal. Muss eigentlich nur auf die Dinger gucken. Das ist nicht, weil da brauchen wir Slipper-Shinory-Analyse. Oder so. Kühne Barkie-Puppe. Kann man einmal kaufen. Kann das weg. Das andere war... Ich glaube, was für Gamma, ne? Nee. Hä? Braucht man nicht zweimal? Umwelt A? Das ist blöd. Braucht doch jetzt auch irgendwas... Nicht das Genui, sondern das andere Ding. Das ist blöd. Das, was wir eben versucht haben zu kriegen. Von den Barista-Santa-Dingern. Ich gehe jetzt nochmal jedes Geschenk durch, ne? Habe ich, 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 habe ich nicht, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich nicht, habe ich aber gekauft. habe ich habe ich gekauft habe ich habe ich gekauft habe ich gekauft habe ich gekauft auch gekauft da fehlt mir die slippery was ich von dem ventilmonstern kriege habe ich gekauft zwei stück habe ich gekauft habe ich sogar zwei wochen habe ich jetzt zwei habe ich zweimal jetzt gerade gekauft ich weiß es nicht ach so ich hatte wahrscheinlich schon mal gekauft und jetzt gerade eben noch mal eins was wollte ich denn da noch sehe ich irgendwo meine wunschliste da ist nur noch der eine gegenstand drauf ich habe mir doch viel mehr auf bin ich bin ich grenze biel bin ich ist es schon soweit mit mir bin ich bin ich schon immer ganz dicht also weniger als sonst kann man das schicksal ändern menschen ändern sich deshalb bin ich sicher dasselbe für das schicksal gilt es gibt ein team vertrauens episode hier machen wir mal geschenke hier top pflanze für eine top pflanze ist die wirklich gut gedient die ist sehr gut gepflegt dafür sie wirklich haben ja du magst auch pflanzen das freut mich sehr ok ich denke ich bin gut an die planten du denkst du so du lehrst schnell und du bist observant wenn es eine flache gibt oder eine plant die du wirst erzähl mir ich schaue es ich habe noch ein schick gang für dich aber das ist nicht ganz so toll das sind rahmengepresste blumen blumen bilder hauptsache blumen ok ok das ist nett ich sehe zwar lieber richtige blumen an aber ist ok wir hatten auch mit yurito für tsukumi hier wesentlich mehr von diesen komischen hängenden grünen pflanzen ok äh geschenke habe ich nicht mehr dann machen wir mit dir die vertrauens episode ok 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 So, was wolltest du sagen? Es ist schwer für mich zu sagen. Ich habe eine extrem schreckliche Worte zu fragen. Okay, ich verstehe, dass das für dich nicht komfortabel ist. Wir können es noch ein paar Mal sprechen, wenn du möchtest. Nein, ich finde das courage. Ich will, um zu verändern. Ich habe lange gedacht, wie ich mit allen zusammen bin. Also habe ich mich besser zu sprechen. Ich hoffe, dass du mich mit meinen Konversations-Skills mit dir geholfen würdest. Konversations-Konversation? Ich kann nicht vorstellen, dass ich die beste Person für das wäre. Ich will, dass du dich bist. Du bist einfach zu sprechen. Na gut, wenn du dich bist, dann habe ich keine Probleme mit dem. Oh, gut. Was willst du darüber sprechen? Was? Was? Um, ich will ein Thema. Also, um, wie hast du seitdem? Seitdem? Ich habe wirklich keine Probleme. Ich verstehe. Es ist gut, keine Probleme zu haben. Ja. Na gut, hast du ein Essen favoriert? Oder vielleicht ein Essen, das du möchtest? Nicht wirklich. Ich verstehe. Du bist nicht so gut. Das ist gut. Ja. Um, dann... Oh. What do you think about the latest trends in fashion? Not sure. Fashion's never been my thing. I see. Mine either. Hm. Um, what else? What can we talk about? What can we talk about? I have to keep the conversation going. Sugumi, calm down and take a deep breath. I'm sorry. I'm sorry. I'm no good at this. It's just a thought, but it might be better to talk like you normally do. What? But... There's no need to force a topic. And you'll have an easier time talking about your own interests, like plants. Yes, but that won't be much practice. I need to be able to talk about more things, or else nobody will have fun talking with me. I have to talk about things everyone else will enjoy if I want to be friendly. Does that everyone include me? What? Why? Because I've enjoyed all our conversations. Really? Really. I don't know about everyone else, but I want to hear more about what you have to say. But... I always thought you were just politely humoring me when I talked. I feel bad because I'm such a slow talker, and I'm always being such a bother. I'm not an especially patient person. If I thought you were a bother, I'd just pick up and leave. You know a lot of things that I and many people don't. And you're always so considerate to those around you, putting them before yourself. Your kindness, in some way, reminds me of Naomi. Whether you believe it or not, I like the time we spend together. Kasane... Tsugumi? Are you okay? Your face is flushed. I'm fine. It's just that I never thought you'd say something like that about me. I thought I had to change. That I needed to be different because I'm no good like this. But if there are people like you who think I'm fun the way I am, I might not be as bad as I thought. I'm sure I'm not the only one. Kagero, Yuito and everyone else at the hideout probably feel the same way. We like you the way you are. You think so? No? I certainly hope that's the case. Well, I'll go on ahead. I'll see you back at the hideout. Um... I'm really glad I met you. So... Would you mind if I ask you one more favor? That depends on what it is. Go ahead. Could I be your friend? If you're not opposed to the idea. That's fine. I'm not opposed at all. But what does being a friend mean? What do I need to do? What? I'm not really sure now that you've asked. Like, talk together. Have tea together. Talk about our troubles. Haven't we been doing all of that already? Right. Doesn't that mean we've been friends for a while now? Yes. I guess it does. So I suppose we continue doing what we've been doing? Okay. Call me anytime. Da ist jemand glücklich. Okay. Hier eine Nachricht. Ich habe eigentlich nie solche Nachrichten verschickt, aber warum nicht? Tut mir leid, wenn mir keine gute Antwort einfällt. Schon gut. Mach dir keine Sorgen um deine Antworten. Ich rede einfach so gern. Das macht Spaß. Danke, Cassini. Das kannst du aber nicht so gut reden. Aber gut. Was mir vorhin nochmal so der Gedanke gekommen ist. Man kann ja quasi in einem Spiel hier ein New Game Plus quasi kreieren. New Game Plus ist ja quasi immer so, dass du halt die Gegenstände von vorher einfach mitnimmst ins neue Spiel. Und wenn du ein New Game Plus auf ein vollendetes Spiel von Cassini oder Yui Tu machst und dann den jeweils anderen Charakter spielst, hast du wahrscheinlich wirklich das volle Arsenal an Zeug hier in den ganzen Dingen. Sprich, dann hast du hier für Arashi hier die andere Videospielkonsole, die sie gegangen haben. Dann hast du hier nochmal ein anderes Modell-Autoset, was wir für Luca hier noch geholt hatten und 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 und. Natürlich mag es hier das eine oder andere Beschneidungsding geben, aber sowas wie dieses Gewitterbild hier. Ich glaube, das hatten wir mit Yui Tu eben auch gegeben. Auch die Gitarren hatten wir hier Kagero gegeben. Aber dass hier zum Beispiel da auch die hängenden Pflanzen sind, weil wir haben ja eigentlich nur noch das Endkapitel vor uns, die Endphase. So, Yui Tu, was geht ab? Ich glaube, Mutter ist sehr stark und nett. In dieser Hinsicht sind wir beide ähnlich. Das ist ja schön. So, Geschenke, Haushalt und Lifestyle Hüge. Bitteschön. Danke. Wow, zehn fertige Beilagen. Vielleicht mache ich die mal. Vielleicht auch nicht. Ich will mit Kyoga sprechen. Ja, nicht jetzt. Vielleicht später. So, noch ein Geschenk. Nämlich habe ich noch eine kühlende Backepuppe. Die kühlt. Und ist blau. Vielen Dank. Ja, dass ich gewünscht habe. Woher hast du das? Ich hätte nie gedacht, ihn einmal so zu sehen. Das ist so selten, dass ich es schon für ein modernes Märchen gehalten habe. Ich bin gerade überglücklich. Okay. Ciao. placesher. compliqué. Butter.